ja freunde was geht ich hoffe euch geht es gut bei mir geht es so denn auch nach drei vier tagen nach der impfung geht es noch nicht so gut ich war zwar gestern schon schwer push trainieren aber ich habe halt kopfschmerzen zwischendurch der schlaf ist auch nicht optimal vorgestern bin ich jede stunde einmal aufgewacht keine ahnung ob das darauf zurückzuführen ist gerade im moment geht es deswegen seht ihr schon ich bin wieder auf dem weg ins gym letzte woche stand push an für euch und jetzt viel spaß mit dem full workout und zwar begann das pull workout einmal mit einem latzzug in einem sehr sehr breiten griff um den teres marion zu fokussieren das heißt in der ersten übung arbeite ich vor allem an der rücken breite jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere ok rocky warum sie ist jetzt nicht so tief grundsätzlich sollte man immer nur so tief oder so weit ziehen bis der zielmuskel maximal kontrahiert ist und vom gefühl her hat diese tiefe voll ausgereicht um mein teres marion komplett zu kontrahieren wenn ich noch tiefer ziehe dann würden vor allem andere muskeln die arbeit übernehmen wie zb der bizeps und das würde meiner rückenentwicklung nicht viel bringen als nächste übung dann einmal das lat basierte oder lat fokussierte rudern klingt vielleicht erst mal komisch aber der unterschied zum normalen rudern ist dass ich eben hier in der endkontraktion nicht in die retraktion gehe das heißt ich ziehe die schulterblätter hinten nicht zusammen und nehme damit die rückenmitte sprich den trapez und die rhomboideen aus der übung zudem habe ich das gefühl im untergriff besonders in einer exzentrischen phase das heißt wenn ich mich vorne auf den einen viel besseren stretch zu bekommen und während der kontraktion bilde ich mir irgendwie ein dass ich in den tieferen lat besser komme und das ist so die größte baustelle an der ich arbeiten möchte bis zur nächsten wettkampf saison da ich nicht den tiefsten latissimus ansatz habe muss ich da eben mehr fleisch drauf packen um die illusion zu schaffen einen tiefen fleischigen und breiten rücken zu haben nicht so wie in der nächsten übung und zwar die hero an der hammer strength maschine denn hier gilt es eben vor allem die rückenmitte zu treffen die rhomboideen und den trapez und das ist auch die weitere baustelle an der ich arbeiten möchte im grunde genommen habe ich schon eine recht starke rückenmitte aber während der diät flacht das alles so ein bisschen ab deswegen heißt es auch hier einfach viel mehr fleisch drauf packen als kleiner tipp um die übung viel effektiver zu gestalten konzentriert euch hier besonders wenn ihr die rückenmitte treffen wollt auf die protraktion und die retraktion das heißt wenn ihr in die dehnung geht dann löst die schulterblätter macht sie schön auf und wenn ihr dann hinten in die kontraktion geht schön die schulterblätter maximal zusammenziehen das ist ein absoluter game changer beherzige diesen tipp und dein nacken wird aufs nächste level kommen apropos nacken es gab noch ein paar sätze schrugs für die oberen anteile des trapezes wenn ihr eine vorrichtung habt wie hier in dem beispiel wo ihr breit greifen könnt und dann das nackenheben ausführt dann empfehle ich euch das auf jeden fall zu machen beispielsweise auch an der multipresse denn ihr zieht dann vor allem in richtung muskelfasern was viel effektiver ist das workout wurde beendet mit der butterfly reverse an der maschine und bicep curls sitzend auf der schrägbank wobei ich hier gerade sehe ich hätte den sitz noch ein bisschen höher machen können aber das beim nächsten mal einfach viel spaß mit dem weiteren blog an meinem rest day habe ich noch ein bisschen holz gehackt kommen gerade aber aus dem workout raus denn es ist heute schon der samstag sprich morgen kommt dieses video online und zum schluss des videos ich hatte eine umfrage eine kontroverse umfrage gestartet und zwar ging es darum wir waren neulich essen und fast neben uns saßen ja ein mann und frau und es war anscheinend das allererste date und ich hatte dann gefragt okay was meint ihr muss der mann beim ersten date das essen ausgeben und das ergebnis war genau 50 zu 50 glaube ich ich blende das hier ein da war ich erstmal so hell wie kommen so viele leute darauf dass der mann auf jeden fall ausgeben muss habe ein bisschen überlegt und meiner meinung nach muss man das ganze aus zwei perspektiven betrachten also das ist erstmal off topic aus der sicht vom mann wenn das date nicht gut war und es sowieso fest steht dass ich diese frau sowieso nie wieder sehen werde warum soll ich denn das essen ausgeben so hey what the fuck macht für mich überhaupt gar keinen sinn warum man dann das essen ausgibt und viele frauen haben glaube ich dafür gestimmt dass der mann auf jeden fall ausgeben muss keine ahnung aus der sicht von einer frau würde ich halt denken okay wenn das date nicht gut war dann lasse ich mir zumindest das essen ausgeben damit ich geld gespart habe ja das ist aber auch glaube ich nicht so die richtige lösung wenn das date allerdings gut war jetzt aus der sicht nochmal vom mann dann gebe ich natürlich das essen aus aber ich achte darauf ob dieser move kommt dass die frau das portemonnaie geht aber nicht dieses gebluffte so herr sondern so richtig weil das zeigt mir dann nochmal stärke unabhängigkeit also das sind so kleine dinge auf die ich achte aber ja einfach nur random facts ihr könnt nochmal eure meinung unter das video schreiben würde mich echt interessieren wie ihr das seht vielleicht geht rockily coaching auch in die persönliche ebene rein nein natürlich nicht wir bleiben bei fitness war jetzt nur ein kurzes topic was ich hier kurz anschneiden wollte okay leute wenn euch das video gefallen hat dann gibt einen daumen nach oben abonniert den kanal und wir sehen uns nächste woche wieder zu einem neuen video ich stelle jetzt weg das video hier fertig und dann seht ihr es morgen bis dann 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 bis Bis zum nächsten Mal.